Ka'b ibn Malik Sein Sohn berichtet hier, Abdullah, der Ibn Ka'b ibn Malik, Abdullah, der Sohn von Ka'm. Er berichtet, dass Ka'b ibn Malik ihm etwas erzählt. Ka'b ibn Malik erzählt zu den renommierten und berühmten Gehörten des Propheten, Er hatte drei Kinder. Einmal dieser Abdullah, der ihn geführt hat. Da steht ja, er war der, wer Abdullah ibn Ka'b berichtet. Da steht da, er war der, was? Er sagte, er als Führer, der in diesem Vater als Führer an der Seite steht. Also er blind getroffen hat. Sein Vater Ka'b ibn Malik ist blind geworden und sein Sohn Abdullah hat ihn sozusagen geführt. Ka'b ibn Malik ist im Jahr 50 nach der Hijra gestorben in Medina, in der Stadt Medina. Und wie er hier selbst sagt, hat er an allen, an allen, wie soll ich sagen, an allen Zügen des Propheten teilgenommen, außer an zwei. Einmal die Schlacht von Becker. Dort war er nicht anwesend, weil die Schlacht ursprünglich gar nicht verpflichtet. Es war ja eigentlich gar nicht vorausgesehen, dass es zu einem Konflikt kommt. Und deswegen hat der Prophet das auch niemandem vorgeschrieben. Wer wollte, konnte mit. Und wer wollte, konnte zurückbleiben. Und deswegen erwähnte er einmal diesen Fall, dass er hierhin entschuldigt war, sozusagen. Dann erwähnte er aber einen zweiten Fall, um den dreht, wie das ganze Bericht hier, der ganze Hadith und das Ereignis hier handelt um die Razwa von Tabuk. Die Razwa von Tabuk, die Schlacht von Tabuk. Und diese Schlacht war im neunten Jahr nach der Hijra. Das war die letzte Schlacht des Propheten. Danach hat er keine Razwa mehr miterlebt. Also was haben wir gesagt? Ka'ab ibn Malik. Er hat an der Schlacht von Tabuk nicht teilgenommen. Und dieser Hadith, der ganze Bericht dreht um die Schlacht von Tabuk. Die Schlacht von Tabuk war im Jahr neun nach der Hijra. Die letzte Razwa des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und Ka'ab ibn Malik ist einer der drei Dichter des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat drei Dichter gehabt. Man nannte sie Shu'ara'u al-Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, die Dichter des Propheten. Das waren drei Männer. Das war Ka'ab ibn Malik. Hassan ibn Thabit. Und Abdullah ibn Rawaha. Drei Dichter des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam.